Herzlich willkommen im Kaufland Neckarsulm. Mein Name ist Heinz Zander. Ich bin hier Senderhausleiter am Zentralstandort Neckarsulm. Unser Markt ist 12.400 Quadratmeter groß. Unsere Fischtheke ist über 20 Meter lang. Wir haben allein in der Fischabteilung über 12 Mitarbeiter beschäftigt. Unsere Fischtheke zeigen sich besonders dadurch aus, dass wir ein sehr breites und tiefes Sortiment haben. Wir haben über 200 Sorten Fisch. Wir haben ein Lebelfischbecken, das möchten wir behaupten, sei das Kleidensucht. Das gepaart mit allem, mit der Mitarbeiterkompetenz, mit der Fachlingkompetenz. Das glauben wir uns da abzuheben. Zur Abrundung unserer Sortiments. In der Fischtheke bieten wir Rezepthäfte, Fischgewürze und alle Utensile, die sie brauchen zum Kochen oder Braten. Der Verbraucher steht direkt, der Mitarbeiter gegen ihn hat einen direkten Kontakt. Dabei ist uns auch wichtig, dass unsere Mitarbeiter fachlich und sachlich richtig und gut geschult sind. Also die besondere Motivation besteht darin, dass wir unsere Mitarbeiter intensiv auf ihre Aufgabe vorbereiten, fachlich schulen und coachen und sehr großen Wert legen wir darauf, dass die Mitarbeiter gern zum Arbeiten kommen, dass sie sich wohlfühlen. Für alle Wünsche unserer Kunden sind wir sehr offen. Auf Wunsch nehmen wir Vorbestellungen gegen Schwerpunkt Weihnachten, Ostern und auf Sonderwunsch machen wir auch mal eine Platte. Weihnachten, Ostern und auf Wunsch um den Gericht.